Nach drei Jahren Bachelorstudium als Lehrer steckte ich so tief in einer Krise, ich dachte wirklich, ich brech den Master ab. Ich will nicht Lehrer werden. Und eine Weile später lief mir eine meiner Schülerinnen im Gang über den Weg und sagte völlig spontan zu mir, wissen Sie ja, Karl, eigentlich hab ich überhaupt keinen Bock. Die meisten Lehrer nerven mich. Aber sie, sie sind nett. Ich mag sie. Und das war so komisch in dem Moment, aber mit der Zeit merkte ich plötzlich, wie ein Licht in meinem Kopf aufging. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, das, was ich gerade vorhin im Intro erzählt habe, habe ich schon ein, zwei Mal erzählt. Und zwar hat in dieser Situation diese Schülerin einfach irgendwie zu mir gesagt, ich bin froh, Herr Karls, dass Sie eine Beziehung zu mir pflegen. Und es hat eine Weile bei mir gebraucht, bis ich verstanden habe, dass wenn ich wirklich an der Beziehung zu Schülern und Schülerinnen arbeite, dass nicht nur das Klassenklima besser wird, ich nicht nur deshalb weniger Stress habe, sondern dass ich auch erfüllter bin und viel mehr Spaß an der Arbeit habe. Und für alle, die sagen, aber ich hab doch gar nicht Zeit, um Beziehungen zu meinen Schülern zu pflegen, ich bin mit dem Stoff beschäftigt oder ich hab so viele Klassen und so weiter. Ja, es braucht nicht immer so viel, um Beziehungen zu pflegen. Ich meine, das Einfachste ist, am Anfang des Unterrichts zu fragen, wie geht's euch, oder kleine Gespräche mit einzelnen Schülern zu führen oder Zwischengespräche zu führen oder irgendwie über den Unterricht die Schüler mit einzubeziehen und ein bisschen zu kennen, was ihre Hobbys und Interessen sind und auch über Werte und Haltungen zu sprechen, gerade wenn es so Situationen sich ergeben und den Schülern einfach zu zeigen, dass sie als Mensch an erster Stelle stehen, vor dem Stoff. Denn wenn der Stoff das Wichtigere ist, wo bleibt denn das, wofür wir eigentlich hier, ich sag jetzt mal wirklich, auf diesem Planeten sind? Und zwar, um als Menschen zusammenzuleben. Das ist plump, aber es ist einfach so. Alles, was wir tun, egal ob du Vater bist, Mutter bist, Schüler bist, ob du Angestellter bist, selbstständig bist, ich sag jetzt mal, die 99% der Menschen tun das, was sie im Leben tun, um schlussendlich Beziehungen zu ihren Mitmenschen pflegen zu können. Sei es Familie, sei es die besten Freunde oder die Schüler oder Mitarbeiter an der Schule. Und ich bin wirklich der Meinung, das Bildungssystem, da gibt es keine absoluten Wahrheiten, außer bei diesem Punkt. Beziehungspflegen zu den Menschen, die dich täglich umgeben. Und Beziehungspflegen heißt einfach, sich dafür zu interessieren, wer der Mensch ist, was er tut, was ihm oder ihr wichtig ist. Und auch nicht immer darüber zu urteilen, wenn jemand eine andere Meinung hat, auch mal eine andere Meinung akzeptieren zu können und nicht einfach zu verurteilen, nur weil jemand etwas im ersten Moment völlig Abstruses sagt. Sondern einfach auch mal nachzufragen, warum denkst du so? Willkommst du zu diesem Schluss? Und ich war jetzt diese Woche gerade im Skilager mit fünf anderen Lehrpersonen oder Leitern. Und es war so eine schöne Woche, nicht nur, weil wir einfach Ski fahren konnten und motivierte Schüler hatten, weil es ein freiwilliges Lager war. Nein, es war deshalb so schön, weil einfach all die Menschen, die dort waren, haben sich darum gekümmert, dass die Beziehung stimmt. Also nicht nur unter den Lehrern und Leitern, sondern auch unter den Schülern und auch Schüler und Lehrer. Natürlich, wir sind eine Autorität. Wir sind die Personen, die die Zeugnisse schreiben. Aber wir sollten nicht unsere Macht ausspielen, sondern wir sollten unsere Rolle sehen als wie helfe ich jungen Menschen dazu, weiterzukommen im Leben. Und wenn ich da bin, um sie zu unterstützen und ihnen Halt zu geben, auch mal festzuhalten, wenn es sein muss, wenn sie sich daneben benehmen oder so, dann pflege ich die Beziehung zu den Schülern und die Schüler bauen ein Vertrauen zu mir auf, dass ich im Prinzip alles machen kann. Mit ihnen, was ich möchte. Wenn ich sie dazu anstiften will, irgendwas völlig Komplexes oder eigentlich Langweiliges zu lernen, weil ich aber ein Vertrauen und ein Beziehungsverhältnis zu ihnen aufgebaut habe, werden sie sagen, ja, okay, der Herr Karls, der wird sich schon irgendwas überlegt haben. Also machen wir einfach mal mit. Und das Skilager war einfach deshalb so schön, weil wir auch als Leiter-Team, als Lehrerteam einfach wirklich auf einer Wellenlänge waren und auch daran gearbeitet haben, dass wir zusammen wissen, welche Regeln gelten im Lager, was ist uns wichtig und so weiter. Und wir auch einfach an unseren Freundschaften arbeiten. Und ich weiß, nicht in jedem Lehrerteam gibt es Leute, mit denen man Zeit verbringen möchte oder nicht so viel. Und ich denke auch, es reicht zum Teil, wenn man, sagen wir mal, aus 30, 40 Leuten im Lehrerteam, wenn man eine Person hat, mit der man sich richtig gut versteht und diese Beziehung richtig gut pflegt. Ich hatte schon in einer anderen Schule den jüngeren Hausmeister. Das war mein bester Freund dort. Und mit ihm bin ich Mittagessen gegangen. Der war nicht mal Lehrer. Aber einfach da mal ein bisschen über andere Dinge, als immer nur Schule zu quatschen, das hat so gut getan. Und auch mal diesen Perspektivenwechsel zu kriegen von jemand, der anders denkt über eine bestimmte Situation. Selbst wenn er in einem anderen Beruf ist, aber auch von einer anderen Lehrperson, wird die vielleicht auch mal eine andere Idee bringen, wenn du gestresst bist oder über etwas nachdenkst und nicht weißt, wie du weiterkommen sollst. Um das Ganze ein bisschen wissenschaftlich zu belegen, möchte ich euch noch diese zwei Bücher hier zeigen. Das eine ist von Simon Sinek, Leaders Eat Last. Auf Deutsch heißt es Chefs Essen zuletzt und es bedeutet einfach, dass die Leaders sich zuerst darum kümmern, dass die Mitmenschen bedient sind, dass ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind. In diesem Fall Essen, einfach als Metapher. Aber es geht einfach wieder darum, dass ich mich zuerst darum kümmere, dass es meinen Schülern gut geht. Dass ich auch weiß, was außerhalb von der Schule ein bisschen läuft und wenn ich sehe, dass ihnen nicht gut geht, dass ich sie frage, was ist los, kann ich dir helfen, wollen wir unter vier Augen sprechen und wenn ich mich zuerst um das kümmere, dann kann ein Leader, ein Leiter, ein Chef, ein guter Chef wirklich loyale, seien es Mitarbeiter oder Schüler kriegen und einfach wirklich Schüler dazu motivieren, alles mitzumachen, was du mit ihnen unternehmen möchtest. Und das wird in diesem Buch von Simon Sinek, der sehr, sehr große Unternehmen berät, sehr schön aufgezeigt, aber auch mit Beispiele aus der American Air Force, wie da einfach der Zusammenhalt von Teams und von Mitarbeitern so stark ist, dass gerade, wenn Zeiten schwierig werden, dass die Leute dann zusammenhalten und wirklich als Team arbeiten. Und das ist nicht nur gut für Stress, den man bei der Arbeit hat, sondern es ist auch wirklich gut einfach für die Erfüllung, weil, wie gesagt, wir sind da, um menschliche Beziehungen pflegen zu können. Und das Ganze wird auch unterstützt durch Glückshormone und dieses Buch Habits of a Happy Brain von PhD, also Dr. Loretta Graziano-Breuning, weiß nicht genau, der Link wird in der Videobeschreibung sein, die beschreibt die wichtigsten Glückshormone und davon ist eins das Oxytocin. Oxytocin ist ein Hormon, das im Gehirn ausgeschüttet wird, wenn der Mensch merkt, dass menschliche Beziehungen gepflegt werden, dass er, dass ein Mensch selbst menschliche Beziehungen pflegt und dafür sorgt, dass es anderen Menschen, seinen Mitmenschen gut geht, aber auch, dass man umsorgt wird und andere Leute zu dir schauen, gerade in Familien, in Paarbeziehungen, aber auch als Lehrer, als jemand, der sich um seine Schäfchen eigentlich kümmern sollte, wenn die Schüler merken, dass ihr Wohlbefinden, dir als Lehrperson wichtig ist, dann wird nicht nur bei ihnen Oxytocin ausgeschüttet, sondern auch bei dir und das ist einfach für wirklich alles gut, das ist quasi die eierlegende Wollmilchsau, Beziehungen zu Menschen zu pflegen und natürlich kommen dann auch noch Dopamin, Serotonin und so weiter dazu, das wird alles in diesem Buch erklärt und aufgezeigt, dass all diese Hormone letztendlich entscheidend sind für das Überleben von uns als Spezies, das Gehirn schüttet diese Hormone aufgrund verschiedener Gegebenheiten aus, um schlussendlich das Überleben zu sichern und wir Menschen können unser Überleben ja auch nur sichern, wenn wir als, sei es Paare oder Gruppen, zusammenleben und sonst würden wir wahrscheinlich ziemlich schnell aussterben, das ist einfach eine Funktion, die wir im Gehirn haben, die so uns vorantreibt, Beziehungen pflegen zu wollen. Okay, das wär's für heute, holt euch ein gutes Buch wie eins dieser beiden, Simon Sinek oder Habits of a Happy Brain und im Schluss möchte ich noch einmal einfach John Lennon zitieren, All you need is love. Es ist einfach wahr. Danke, wenn ihr die Bücherlinks in den Videobeschreibungen benutzt, dann könnt ihr mich ein bisschen unterstützen, weil ich halt eine winzige Provision für jedes Buch, das ihr bestellt und auch andere Dinge von Amazon, Sportkleider, was auch immer, wenn ihr sowieso schon den Einkauf geplant habt und es kostet euch auch nicht mehr. Das wär's für heute, ich wünsche euch einen guten nächsten Wochenstart und wir sehen uns bald wieder, macht's gut, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.